Ja, auch diese kinderlosen Paare, die einfach selber keins zustande bringen, aus den verschiedensten Gründen, das ist einmal dahingestellt, warum, aber die dann zum Beispiel nicht einfach adoptieren, weil ich sage, sich hinstellen und zu sagen, okay, und im Übrigen finde ich auch, das hat keine Altersgrenze, denn heutzutage können sie auch. Schauen Sie uns Jopi an, Jopi hieß das, mit der Frau Simon Rätl, ein Traum, ein Wahnsinn, sich sowas zu trauen, finde ich auch cool. Und dann, der ist 108, glaube ich, ist der geworden. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden mit 80 adoptieren, mit 80, und haben dann noch. Haben Sie noch 28 Jahre vor sich, das habe ich neulich einer Frau erzählt, aber mit dem Schaufling hinten. Ich sage, stellen Sie sich mal vor, Sie werden 100 Jahre alt, jetzt sind Sie gerade einmal 80, Sie haben noch 20 Jahre vor sich, stellen Sie sich jetzt auf die Hinterbeine und tun sich einmal, haben die Kinder Sie von der Treppe runtergestoßen. Können Sie sich das vorstellen? Und der Pfarrer hat Sie eingelullt, Sie soll ihm praktisch das Bissarerbe, was Sie haben, das soll er Ihnen überschreiben. Können Sie sich das vorstellen? Was da für Arschlöcher unterwegs sind? Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, und jetzt sind dann natürlich die kinderlosen Paare, die sogenannten Freunde, die sich dann alle schleichen, weil sie alle eifersüchtig sind, weil ich halt dann Kinder gekriegt habe. Verstehen Sie die? Oder die einen haben welche, aber da ist eins gestorben und dann sind sie neidig auf mich. Aber ich denke, und dann haben die zugeschaut, wie wir untergehen, wie wir alle untergehen. Und ich habe mir gedacht, gut. Und die anderen stinkt eifersüchtig auf einen eigenen Mann, weil der sich verguckt hat in mich. Da kann ja eh nichts dafür. Das ist doch nicht mein Problem. Ihr werdet euch noch wundern, was alles passiert bei euch. Ihr werdet euch wundern. Maserati. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.